Der ganze Körper vibriert, wa? Ich muss nicht, dass es knacken kann, da. So gut. Wieso bist du so verkrampft? Du wirst schweben. Den Mund bitte geschlossen halten und nur noch mit der Nase ein- und ausatmen. Hast du es gespürt? Ich habe es gespürt. So ein bisschen schwubbelig. Hallo, ich bin die Lara. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin Schülerin. Dadurch, dass ich den ganzen Tag nur sitze in der Schule und auch zu Hause, habe ich häufig Rückenschmerzen und Nackenschmerzen. Dazu tanze ich auch noch und das geht manchmal auch ganz schön auf den Rücken. Alles original, ja? Ja. Hast du irgendwelche Schmerzen, wo ich speziell gucken sollte? Nee, speziell nicht. Wie viel trinkst du am Tag? Ich trinke schon zwei Flaschen nur in der Schule und dann nach der Schule auch nochmal. Sehr gut. Okay. Jawohl. Ein bisschen mehr stärken musst du das. Es gibt, wir haben so Gelenkkapseln, da ist Chondryotin, MSM und Glucasamin drin. Das ist aber rein Nahrungsergänzungs- Okay. Das ist eine Gelenkkapsel. Okay. Solltest du einfach so ein bisschen, dass es stärkt, ja? Okay. Das ist mir zu schwach, obwohl du viel Wasser trinkst. Okay. Tut's weh? Nee. Okay. Ich werde dir jetzt hier reingreifen, das wird ein bisschen weh tun. Okay? Fünf Sekunden. Meinst du, das hältst du aus? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Achtung. Kopf runter. Nach rechts drehen. Nach links drehen. Und komm wieder hoch. Kennst du die? Schon mal gemacht? Nee. Aber du kennst die, ja? Dann viel Spaß. Alles okay? Ja. Der ganze Körper vibriert, wa? Gib mal deinen linken Arm bitte. Nur den linken Arm. Schön locker lassen. Den ziehe ich jetzt hoch bis zum Anschlag und mache einen leichten Impuls. Und. Einatmen. Ausatmen. Achtung. Und hier auch schön locker. So, jetzt geh ich mal kurz an deine Ohrläppchen dran, ja? Einfach geradeaus gucken. Achtung. Und hier auch schön locker. Dann die Seite. Achtung. Oh, krass. Ich wusste nicht, dass es knacken kann da. Ich auch nicht. Wir haben es gerade ausprobiert. Gut, Dilara. Dann guck mal bitte nach links. Okay, lass locker, ja? Achtung. Lass einfach locker. Schön locker lassen. So. Okay, dann jetzt nach rechts gucken. Schön locker lassen. Oh, perfekt. Alles gut. Puh. Mach mal einen Schulterblick. Ist gut. Jetzt gehst du mit deinen Händen auf deinen Nacken hier drauf. Ineinander die Finger. Auf meine Hand drauf. Das war gut. Hier. Okay, die Hände an die Wange. Vorne die Brust schützen. Perfekt. Und nochmal komm tief einatmen. Und schön ausatmen. Alles klar? Ja, alles super. So, ich komme jetzt mit einer Massagepistole schon wieder über deinen Rücken entlang, ja? Okay. Ein und aus. Komm. Und raus. Und nochmal. Und raus. Beine zumachen. Komm. Du. Einatmen. Ausatmen. Achtung. Jawohl. Ausatmen. Alles klar? Ja, alles super. Du hast es gespürt, oder? Ja, aber gut. So, dann leg dich doch bitte seitlich zu mir. Wichtig ist immer das Ausatmen, okay? Einatmen. Ausatmen. Bisschen nach vorne. Den oberen Bein mir geben. Schultern nach hinten fallen lassen. Wichtig ist das Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Geht's dir gut, ja? Keine Schmerzen, ne? Nee. Gut, die Füße bitte strecken. Achtung. Wieso bist du so verkrampft? Ist das immer so bei dir? Nö, echt nicht. Lass mal locker. Sie wird, sie wird schweben. Was will ich? Du wirst schweben. Die Lara, alles okay? Alles super. Lass mal locker. Achtung. Jawohl. So, schön locker lassen. Ich geh da mal ein bisschen länger dran. Beine, die Beine aufmachen. Komm, aufmachen. Und zumachen. Zack. Lass locker. Lass locker. Genau. Jawohl. Kannst du ein bisschen weiter runter rutschen, bitte? Ja. Perfekt. Jetzt den Poppes hoch. Und runter. Füße strecken und locker lassen. Und runter. Jawohl. Geht's dir gut? Mir geht's super. Keine Schmerzen, ne? Mhm. Kopf anheben. Und runter. So. Jetzt ist meine Bitte, den Mund bitte geschlossen halten. Mhm. Und nur noch mit der Nase ein- und ausatmen, ja? Okay. Okay, nur noch mit der Nase. Tief einatmen. Mit der Nase tief ausatmen. Und nochmal einatmen. Tief ausatmen. Das machen wir jetzt vier, fünf Mal. Ein. Aus. Das war gut. War sehr gut. Hast du es gespürt? Ich habe es gespürt. Bis wohin? Überall. Komplett. Bis runter? Ja. Okay. Reihen und ausatmen. Wie so ein Reißverschluss, wa? Mhm. Hab's gemacht. Geht's? Ja. Okay, gib mir deine Hand. Komm. Bismillah. Und warte kurz. Kurz warten, dass es so ein bisschen runtersackt. Ha? So ein bisschen schwubbelig? Bisschen, aber ist okay. Ist okay? Ja. Gut, die Lara. Wenn du jetzt aufstehst, schau mal bitte, was für ein fantastisches Körpergefühl das ist. Und einmal so laufen. Klingt sich richtig befreit an alles. Merkst du das, ne? Ja. Wenn du mal so ein bisschen drauf drückst, ist es wie so auf Wolken? Ja, auf jeden Fall. Ganz anders? Ja. Angenehmer. Ist endlich dieser Rucksack, den du anhattest, weg? Ja, auf jeden Fall. Ist echt besser. Keine Schmerzen, ne? Nee. Okay, das Atmen. Wie fällt dir das Atmen? Sehr leicht. Ist angenehm, ja. Danke, dass du da warst. Danke dafür, war richtig gut. Also es war richtig, richtig gut. Ich hatte keine Schmerzen. Während der Behandlung, es hat einfach alles richtig, richtig gut getan. Und man hat richtig gemerkt, wie sich so alles nacheinander befreit hat. Und jetzt finde ich mein ganzer Körper einfach richtig leicht an auch laufen. Das ist einfach viel, viel angenehmer als vorher. Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich werde auch gleich mal meinen Freunden schreiben, dass die es auf jeden Fall auch machen sollen und vorbeikommen sollen. Also ich kann es wirklich jedem weiterempfehlen. Das ist danach ein ganz anderes Gefühl. Viel besser.